Unterwegs in den Werneralben Ankunft auf dem grossen Fiescherhorn. Rechts Grünhorn, Hinterfiescherhorn und links das Finsterarhorn. Und hier der Blick zu Lauterar, Schreckhorn, links die Wetterhorngruppe. Und hier Sarah-Lena auf dem Gipfel vom Grossfiescherhorn. Sehr fantastisch. Merci. Und hier der Blick zu Eiger, Mönch und Jungfrau. Besten Dank und allen guten Touren.